Wann ist ein Mann ein wahrer Mann? Von Byron Forrest Young Kapitel 16 Überlegung Wenn die Standards herabgesetzt werden, kannst du sie jederzeit erreichen. Wie lange wollt ihr Unverständigen unverständig sein und ihr Spötter Lust zur Spötterei haben und ihr Toren die Erkenntnis hassen? Sprüche 1, Vers 22 Das Leben ist schwierig, aber es ist schwieriger, wenn du dumm bist. John Wayne in Du warst unser Kamerad Meistens sind es die Ehefrauen, die ihre sich wehrenden und protestierenden Männer zur Kirche schleppen müssen. Es ist selten, dass ein Ehemann, durch eine geistliche Krise motiviert, entscheidet, dass die Gemeinde nun Priorität in seiner Familie hat. Meistens geschieht dies durch die Frau. Eines Tages erkennt sie plötzlich die Bedeutsamkeit der Elternschaft. Verursacht durch ein unerwartetes Problem. Ermutigt durch das Beispiel einer liebenden Freundin. Oder frustriert von dem Klotz von Ehemann, der auf der Couch Wurzeln schlägt. Und sie beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Allerdings waren sie schon seit fünf Jahren nicht mehr in der Kirche. Das wird knüfflig werden. Die Kriegslist oder der Plan entfaltet sich dann beim Abendessen in etwa so. Die Frau wartet, bis der erste Bissen im Mund des Mannes ist. Natürlich sein Lieblingsessen, ohne Zweifel. Und dann wirft sie den Haken aus. Weißt du, Liebling, ich habe mir überlegt, ich würde gerne die Kirche am Ende der Straße besuchen. Ich habe gehört, dort sind alle so freundlich. Meine Freundin Jane geht auch dahin. Sie haben ein sehr gutes Kinderprogramm. Die Kinder könnten dort sehr gut gefördert werden. Was meinst du? Sollen wir es diesen Sonntag mal versuchen? Was sie wirklich meint ist, Ich bin geistlich nicht ausgefüllt, einsam, warte knietief im Leben, ausgelaugt von drei Kindern und den ständigen Folgen von die Hinterhofzwerge. Der Ehemann schaut von seinem Teller auf, der von seinem Ellbogen auf Position 9 und 3 Uhr eingerahmt ist. Er ist vollkommen unvorbereitet. Sein Gesichtsausdruck deutet irgendetwas zwischen Schrecken und Humor an. Er spottet. Was? Sicher. Wie auch immer. Haben sie einen Frühgottesdienst? Mittags findet das Spiel statt. Ich muss doch keine Krawatte tragen, oder? Was er wirklich meint ist, Was? Jetzt? Das geht vorbei. Wird es nicht. Lippensynchron mit den Klassikern Am folgenden Sonntag sind sie leicht auszumachen. Sie gibt mit einem freudigen Lächeln im Gesicht auf dem Weg zu ihrem Platz fremden Leuten die Hand zur Begrüßung. Schau, all die Erwachsenen! Die offenherzige Kinderversorgung lässt sie sentimental werden. Er sitzt dort mit verschränkten Armen und fühlt sich vollkommen fehl am Platz. Ich könnte laut loslachen, wenn er singt. Absolut die schlechteste Lippensynchron, die du je gesehen hast. Während er predigt, vermeidet er jeden Augenkontakt mit dem Prediger, als wäre er ein Achtjähriger, der von den Eltern belehrt wird. Der Pastor klingt herablassend. Das heißt, er redet von oben herab. Wenn es dann vorbei ist, merkt er, dass mitten in der Reihe zu sitzen ein taktischer Fehler, das heißt Strategema, war. Er wird auf dem Weg nach draußen mit noch mehr Fremden reden müssen. Diese Verzögerung vereitelt es, den Anfang der Show vor dem Spiel mit den coolen hologrammartigen Bildern mitzuerleben. Sie ist begeistert. Die Bibel wurde ausgelegt und angewandt. Sie hat nicht alles verstanden, weiß aber, dass es nötig wäre. Die Leute waren aufrichtig. Sie ist sich nicht ganz sicher, aber sie meint gesehen zu haben, dass erwachsene Männer mit ihren Frauen und Familien an der Seite am Gottesdienst teilgenommen haben. Auf der Heimfahrt ist die heikle Unterhaltung zwischen Mutter und Kindern das Tüpfelchen auf dem I. Mama, es war toll, ich durfte mit einer Schere schneiden. Und wusstest du, dass es gar keine sprechenden Gurken in der Bibel gibt? Können wir nächsten Sonntag wiederkommen? Nach dem Mittagessen sitzt sie bei ihm auf der Couch und fragt. Was denkst du, Liebling? Es war doch nicht schlecht, oder? Der Mann weiß, dass er überrumpelt wurde. Er antwortet, es war gut, aber der Prediger benutzte große Worte. Ich habe nicht mal die Hälfte von dem verstanden, was er gesagt hat. Das ist natürlich überflüssig. Das heißt, es musste nicht gesagt werden. Man weiß es nicht genau, aber er meint, erwachsene Männer weinen gesehen zu haben. Jesus kontra Football Die Kirche muss die sich wehrenden und protestierenden Männer aus ihrer Lethargie reißen. Männer sitzen jahrelang gelangweilt im Gottesdienst und vermeiden es, auf der Stuhlkante sitzend in den Strudel des Evangeliumstramas zu geraten. Für die meisten Männer erscheint die Vorstellung unmöglich. Jesus könnte aufregender als Football sein. Sie denken, Spiritualität wäre eine weibliche Angelegenheit. Ebenso denken sie, dass so große Worte wie Rechtfertigung dem gleichen Zweck dienen wie dieser allgegenwärtigen Blumenarrangements am Fuße der Kanzel. Der Zur-Schaustellung Es ist nicht ungewöhnlich, dass Männer die Kirche im Stich lassen, wenn sie mit deren bedingungslosen hohen Erwartungen konfrontiert werden. Weil sie nie etwas Anspruchsvolleres als ihre Fachzeitschriften im Badezimmer gelesen haben, droht die Vorstellung, über Gott tief und sachlich nachzudenken, die Mauer ihrer sorgfältig aufgebauten Mittelmäßigkeit zu durchbrechen. Der Stolz hält sie von Bibelstunden oder Männergruppen ab. Der bloße Gedanke, eine direkte Frage zur Bibel gestellt zu bekommen oder andere an etwas Persönlichem teilhaben zu lassen, versetzt sie in panische Angst. Der Fairness-Hyper sei gesagt, dass die Kirche nicht viel getan hat, um die Männer zu erreichen. Tatsächlich ist nahezu alles getan worden, um ihr Interesse nicht zu wecken. All die verstaubten Riten der traditionellen Kirche ergeben für ihn genauso wenig Sinn wie damals, als er acht war. Der einzige deutliche Unterschied besteht darin, dass die Flanelltafeln der PowerPoint-Präsentation gewichen sind. Es ist die gleiche alte monotone Botschaft, die direkt über seinem Kopf hinweg zielt. Aber als Flash-Animation? Der Kern des Ganzen ist für ihn immer noch nicht nachvollziehbar. Die Gefahr der tiefhängenden Früchte Viele haben die Misere erkannt und die Botschaft auf den kleinsten gemeinsamen Nenner angepasst. Aber auch die tiefhängende Frucht des relevanten Predigens sowie Bücher in Unmengen haben die Männer nicht weitergebracht. Diese Aktionen hatten den gegenteiligen Effekt. Hier ist eine Anmerkung für Kirchen und Verlage. Wenn die Standards herabgesetzt werden, kann der Mann sie jederzeit erreichen. Mehr als ein Autor hat bereits den Effekt der Gemeindewachstums- und Seeker-Bewegung auf die männlichen Kirchgänger dokumentiert. Im Prinzip hat es sie neutralisiert. Dadurch wurde die Auffassung über die Männlichkeit von der Spiritualität abgetrennt. Nach Aussage einiger ist die moderne Kirche darauf abgestimmt, die emotionalen und geistlichen Bedürfnisse von Frauen zu erreichen. Damit auch die Männer davon profitieren können, müssen sie sich eine feminine Spiritualität aneignen. Fragt man die Männer, warum sie noch zur Kirche gehen, ist die Antwort meist vorhersehbar. Meine Frau mag den Lobpreis und sie haben ein tolles Programm für Kinder. Die Grundbotschaft Diese Gemeinde macht meine Frau glücklich. Hast du Patton gesehen? Die Männer hinter der Kanzel sind in dieser Sache wenig hilfreich. Selten ist der Prediger ein Mensch, zu dem der Mann in der Kirchenbank einen Bezug hat. Entweder ist er so pflichtgetreu, dass man glaubt, er schläft mit Krawatte, oder er ist geistlich so androgyn, dass man sich fragt, ob er jemals Patton gesehen hat. Ein Paradebeispiel. Auf dem Schutzumschlag eines Buches stand die Aussage eines bekannten Autoren, Predigers aus dem evangelikalen Umfeld, dass seine Lieblingsbeschäftigung das Essen eines Eisbechers mit Vanilleeis und Kirschen sei. Kannst du die Schritte der Männer hören, die aus den Stuhlreihen der Kirche rennen? Wo ist der Pastor, zu dem der durchschnittliche Mann einen Bezug hat? Ein Pastor, der den Großteil seiner Zeit damit verbringt, von seiner Höhe herunterzukommen und ihn bei der Herausforderung begleitet, ein Mann in dieser perversen Kultur zu sein. Der eine, der ihn zu Höherem ermutigt, ohne ihn in unrealistische Formen zu pressen. Der eine, der die Standards erstrebenswert und erreichbar macht, ohne sie herabzusetzen. Wenn sie sich dann näher kommen, bilden seine Worte und sein Leben eine deutlichere Einheit, nicht eine geringere. Je näher sie sich kommen, desto mehr Ähnlichkeiten sehen sie. Zugleich treten aber auch die Unterschiede deutlicher zutage. Ein allumfassendes, von Gnade gestärktes, völlig hingegebenes Streben nach Christus. Seine Frau, Familie, Kinder, Finanzen und Hobbys werden durch die Wirklichkeit Christi und seines Evangeliums gefiltert. Sein Lebensziel ist es, dass andere Männer es genauso machen. Und wenn du ihm näher kommst, tust du das auch. Wenn Pastoren Männer bewegen wollen, sollten sie deren Intelligenz nicht durch hohle Phrasen, subtile Hinweise oder prinzipienreitende Kurzpredigten beleidigen. Stattdessen müssen sie den sprichwörtlichen Finger auf sie richten und ihnen exakt sagen, warum ihre Frauen sie erwürgen wollen oder warum ihre Karrieren sie nicht ausfüllen oder wie sie Jahre damit verschwendet haben, geistliche Chancen nicht zu nutzen. Nicht in verharmlosender Strenge, sondern mit frustriertem Optimismus. Das Ziel des Pastors mit diesen Männern ist die Abweisung des Stereotyps. Männer werden immer den Pastor respektieren, der nicht jedes Wort abwägt, der sich nicht fürchtet, große Worte zu benutzen und Lexika verteilt, während er sie zu immer größeren Höhlen führt. Dass immer weniger Gemeinden diese direkte Art der Herausforderung für Männer anbieten, liegt vielleicht daran, weil wir ebenfalls dieses kulturelle Stereotyp akzeptiert haben. Männer sind gedankenlos und begriffsstutzig. Wir können nicht allzu viel von ihnen erwarten, also fragen wir sie erst gar nicht. Aber das ist ein Fehler. Ich habe es jetzt schon so oft erlebt, dass Männer die Herausforderung angenommen und die Erwartungen Lügen gestraft haben. Erstaunlicherweise ist dies in keinem einzigen Fall geschehen, weil es ihnen jemand leicht gemacht hätte. Letzten Endes geschieht es aus Gottes Gnade. Es passiert. Nicht, weil jemand den Druck herausgenommen hat und ihre Entschuldigungen nicht akzeptieren wollte. Jemand hat sie ermutigt, gegen die Schwierigkeiten anzukämpfen. Ein Freund hat ihnen die Hand gereicht. Jemand hat den Nerv gehabt, sie zum Nachdenken zu bringen. Sie gaben ihnen Calvin, Edwards, Ryle, Warfield und ein Dutzend anderer toter Denker an die Hand. Ihr Hirn platzte förmlich, als sie versuchten, das alles zu verstehen. Aber sie bereuten ihren Stolz, gaben ihre Ignoranz zu und brachen durch zur Klarheit. Raskolnikov und die Fähigkeit zu denken Vor vielen Jahren, als ich gerade begann, mein Hirn aus seinem Schlummer zu wecken, ermutigte mich ein Freund, Dostoyevskis Schuld und Sühne zu lesen. Er hat es mir nicht gegeben und gesagt, lies es. Es war raffinierter. Eines Abends bei einem Essen zusammen mit unseren Frauen hörte ich ihm zu, wie er den Roman zusammenfasste und die Vielschichtigkeit der großen Themen erläuterte. Unabsichtlich ließ er seine Fähigkeiten spielen, betrachten und analysieren zu können, was mich auf sonderbare Art neidisch machte. Tatsächlich wollte ich auch denken. Die Freude, die er in so großer Tiefe durch die Beschäftigung mit einem so vielschichtigen Thema erfahren hatte, war mir unbekannt. Er beschrieb das Buch als den größten und spannendsten Kriminalroman aller Zeiten. Ohne das Ende zu verraten, beschrieb er uns die Haupthandlung und den Hintergrund. Ich war an der Angel. Ich kaufte es. Erst da sah ich, dass dieses Meisterstück 800 Seiten hatte. Unnötig zu sagen, dass Spannung nicht seine Haupteigenschaft war. Erst nach mehreren Tagen konnte ich Raskolnikovs Namen richtig lesen. Aber ich blieb dran. Mein Freund hatte Recht. Als ich am Ende angelangt war, saß ich auf der Stuhlkante. Das Gelesene hatte mich über meine Grenzen hinaus gefordert. Es zwang mich, hinter das Offensichtliche zu schauen, hin zu den wesentlicheren Themen dieses literarischen Genies. Kurzum, es brachte mich zum Denken. Meine mentalen Fähigkeiten, auf diese Weise auszudehnen, war eine unschätzbare Erfahrung. Als ich an jenem Abend meinem Freund zuhörte, lernte ich mehr über mich selbst als über die russische Literatur. Ich war oberflächlich. Ich lebte nach den niedrigen Standards der Männer dieser Kultur. Das war ein echt tragischer Ort, an dem ich mich als Christ wiederfand. So viel hängt von der Qualität der Liebe eines Mannes zu Gott ab. So viel von seiner Liebe zu Gott beginnt in seinem Kopf. Als ich zu Christus kam, hatte ein sehr gläubiger Mann durch Gottes Gnade Interesse an mir gezeigt. Er war mein erster Pastor. Trotz hunderter von anderen, für die er sorgen musste, schloss er mich in seine Verpflichtungen mit ein. Er kannte die Bedeutung von Männern für die Gemeinde. Ich erinnere mich an unser erstes Treffen, als wäre es gestern gewesen. Es war in seinem Büro. Wir beteten und dann, mit wenig oder ganz ohne Erklärung, als wäre die Zeit wesentlich, nahm er eine Taschenbuchausgabe des Neuen Testaments aus seinem Regal. Er gab es mir und sagte, okay, es gibt ein altes Testament und ein neues Testament. Das war der Beginn vom Rest meiner Geschichte. Ich habe diese Bibel immer noch. Unvorstellbare Dinge entstehen durch Männer, die von Christus ergriffen sind. Männer, die anfangen, ihm nachzufolgen, mit Herz, Seele und Verstand. Dies verursacht eine Schockwelle von unerklärlichen Veränderungen und Segnungen. Ein Mann gewinnt das Vertrauen seiner Frau zurück, leitet schließlich seine Kinder an, kommt aus seiner Sackgasse heraus, erreicht seine Arbeitskollegen, er baut die Gemeinde, inspiriert Freunde, ermutigt seinen Pastor und gewinnt sogar den Respekt seiner Schwiegermutter. Nun, vielleicht nicht den seiner Schwiegermutter, aber es ist nichtsdestotrotz überwältigend. Lebenslange Entwicklungen werden umgedreht und in die richtige Richtung geleitet. Ein Sprichwort besagt, es gehe nicht darum, ob du leitest, sondern wohin. Die Leiterschaft von Ehemännern und Vätern ist ein Naturgesetz der Seele. Gott hat es so bestimmt. Wenn der Ehemann und Vater Kanufahn liebt, geht die ganze Familie Kanufahn. Wenn der Vater das Zelten liebt, folgt die Familie seinem Beispiel. So sind die Dinge eben. Wenn der Ehemann entscheidet, dass es wichtigere Dinge gibt als Gott und die Familie, werden es die anderen genauso tun. Wenn das Herz des Mannes sich Gott zuwendet, wird die Familie ihm folgen. Auf dieser Ebene ist Leiterschaft gar nicht so kompliziert, wie wir sie immer darstellen. Es bedeutet, das, was wir lieben, denen kundzutun, die wir lieben. Wenn alltägliche Männer Feuer fangen Wenn du jemals einen alltäglichen Mann gesehen hast, der Feuer für Christus fing, weißt du, was ich meine. Ein Besen mit Leben tut erstaunliche Dinge. Irgendwo, in irgendeiner Predigt trifft eins von diesen hochgestochenen Wörtern ins Schwarze. Er beginnt, sehr persönlich und spezifisch von Gott zu denken. Christus starb für mich. Ich bin ein Sünder. Gott schenkte mir seine Gnade. Ich liebe Christus. Christus ist mein Herr. Die theologischen Redensarten und Grundsätze, über die er einst die Nase rümpfte, bestimmen ihn jetzt. Hobbys werden zu Hobbys. Prioritäten werden zu Prioritäten. Eines Abends überschreitet dieser Kerl die Türschwelle zur Männerbibelstunde in der Kirche. Es gibt einen kurzen Augenblick erstaunten Schweigens, unterbrochen von einer ausgestreckten Hand und einem freundlichen Hallo. Nicht länger abgehalten von seinem eigenen Stolz setzt er sich hin und beginnt seine Reise tief hinein in die Randgebiete, einer unendlich genialeren Realität als die Brüder Karamasov. Das Evangelium. Wie bei einem der Jünger auf dem Weg nach Emmaus wird sein Hirn überflutet von der Geschichte der Erlösung. So viel verschwendete Zeit. Er klettert unter dem Berg von Entschuldigungen hervor und geht direkt darauf zu. Sein Anblick am Sonntag ermutigt den Pastor. Seine Augen sind geschlossen. Sein Gesicht und sein Herz sind dem Himmel zugewandt. Er singt schief, aber er meint jedes Wort. Der Pastor sieht sich gedrängt, für diesen Mann zu beten. Schauen wir auf ein anderes Bild beim Abendessen. Eines Abends weint ein einst so stolzer Mann über seinem Teller. Seine Kinder sind verwundert. Das haben sie noch nie gesehen. Seine Frau, die seit Monaten für ihn betet, kapiert es und weint mit ihm. Sie greift nach seiner Hand. Sich sammelnd spricht er demütig die Worte. Es tut mir leid, dass ich nicht der Ehemann und Vater war, der ich hätte sein sollen. Ihr seid mir sehr wertvolle Schätze. Gott hat mich verändert. Ich kann das nicht wirklich erklären. Es ist, als wären meine Augen geöffnet worden. Christus ist jetzt so real für mich. Ich liebe euch. Ich denke, wir sollten die Kirche unten an der Straße besuchen. Ich habe gehört, die haben ein tolles Kinderprogramm. Und er zieht seine Familie freudig und singend zur Kirche.